willkommen bei einer weiteren folge clash of clans mit mir im torsten und letztes mal habe ich das peace zeichen gemacht heute mache ich mal das zeichen weiß nicht ob das das man ja ganz ganz viele youtuber immer so in ihren fotos so smile und und das das war eigentlich ein zeichen der surfer also der windsurfer das bedeutet eigentlich hängen los das heißt also wenn man in einer begegnungsfahrt ist oder in einer vorbeifahrt schön am gleiten beide füße sind in den schlaufen du hast nur noch eine hand an der gabel und ganz ganz lässig kannst du die zweite hand so ein bisschen zu uns ich ihr könnt jetzt nicht sehen so lässig ins wasser halten und man begegnet einem anderen windsurfer dann macht man dieses zeichen hängen los alles locker bleibt locker und dennoch bleibe ich glaube ich auch locker vielen lieben dank wir haben die 9000 überschritten euer verdienst sie im letzten stream haben wir das ding geknackt und ich war natürlich wirklich da nicht außer mir aber ich muss mir die szenen mit alex noch mal angucken aber es soll ja auch ein bisschen clash of clans gespielt werden also noch mal vielen lieben dank und diese woche hier wird ganz ganz stark farm lässt dich oder farm lastig werden denn wir wollen so ein bisschen was ab also wir fangen heute denke ich mal mit unserem rathaus 8 an der soll auf rathaus 9 gehen und vielleicht habe ich daher so den einen anderen tipp oder trick wie man was am einfachsten ab vor allen dingen jetzt in den zeiten zeiten haben sich ja hier bei clash of clans ganz stark verändert vor allen dingen mit den vielen medaillen mit den vielen marken mit den items die man bekommt und so fällt einem der staat schon mal ich will es mal so sagen so ein bisschen leichter ich will auch heute so ein bisschen mit hexen angreifen denn wir sind aktuell ja im event ich mache immer ganz ganz wenig event folgen ich weiß es selber dass ich sehr sehr kriegslastig bin heute hat einer geschrieben ich habe es in den kommenten ich lese sehr sehr viele kommentare scheiße schon wieder krieg oder so viel klaren kriegs angriffe ja das liegt aber auch an meinem kanal mein kanal ist ja sehr sehr klaren kriegslastig und wer halt in wer halt man mir angriffe sehen will habe ich ihm dann auch geschrieben der muss dann halt nach anderen youtube an ausschau halten oder sowas aber was habe ich habe ich habe jetzt gerade mal meine bowler rausgehauen ist aber nicht so schlimm ich wollte die klaren bucke leeren und deswegen dürft ihr sowas bei mir eher nicht erwarten dass ich hier mit weiß ich nicht 20 heilern angreife und unten king oder sowas das ist das ist nicht mein kanal und deswegen muss man leider immer so ein paar schöne klang kriegs angriff ich hoffe jeder kann davon was mitnehmen ertragen hier aber nichtsdestotrotz wie gelingt eigentlich so ein rathaus ab start also ich bin hier jetzt mit dem chef koch gerade unterwegs mit dem rathaus 8 ich denke mal der ist in dieser woche in jedem fall dran das war das rathaus hier starten in dieser woche kommt auch noch ein start von rathaus 11 wo ich ziemlich viele medaillen habe also auch dort habe ich vielleicht was parat wo ich ein bisschen den start für die 10er auf 11 dann erleichtere also ihr solltet dann aber schon nette 10er sein und nicht irgendwie so mit dem 5er king und 10er queen oder sowas die dann auf rathaus 11 gehen bitte sondern einfach das ist ja immer so meine sicht und meine sicht ist ist halt dass es ist subjektiv das muss nicht für alle zu treffen aber ich bin ja auch letztendlich ein ganz ganz normaler spieler der jetzt nicht irgendwie genau das was ich ihm gesagt habe eigentlich macht und tut die machen wir eben mal weg dass die in anderen weg einschlagen dann fliegen die nämlich nach oben und deswegen glaube ich dass die die immer viele klankriegs angriffe bei mir sehen oder auch sehen wollen gut ich denke mal gut aufgehoben sind auch in den stream sehen wir immer sehr sehr viel also haben wir hier schon mal so ein bisschen rein gefahrt ich muss hier nicht mehr wirklich viel fahren mit dem mit dem kollegen hier aber ich will auf jeden fall das hexenevent spielen denn genau diese beiden tränke hier sind super super nett gerade beim start von rathaus 9 meine fünf level hoch auf den helden das ist wirklich krank und krass denn gerade im klankrieg kannst du sowas natürlich super gebrauchen mein ziel ist es immer wenn ich das rathaus ab also ein level höher setzte dass ich auch gleich wieder am ball blähen ich sehe immer viele die sagen sich dann ich mache jetzt erst mal drei wochen pause oder sowas weil meine armee jetzt so lange brauche und meine lager und bevor ich dann irgendein ck spiele und starte macht das mal nicht macht das mal nicht sondern seit seit gleich wieder am ball so wie ich es hier auch bin ich gucke mal dass ich hier so ein paar passende armeen jetzt für uns baue wir nehmen mal ein paar loons und ein bisschen clean up noch mit in den nächsten angriff ich werde jetzt gleich auch boosten für euch damit wir auch in jedem fall so ein bisschen weil was von den hexen sehen also wie kann man sie einsetzen ihr seht hier meine nächste truppe das ist ein eigentlich ist ein grog aber ich nehme einfach mal hexen mit dafür waren eigentlich jetzt eben die bola ist aber nicht so schlimm ich fordere ich jetzt mal eben an also einmal bitte zwei hexen und gift und dann lasse ich mir die immer geben und dann machen wir hier einfach mal weiter im appen wir brauchen auf jeden fall sehr sehr viel dunkles zum start von rathaus 9 denn wir haben hier eine eine queen direkt aus der army heraus zu holen und die kostet schlappe ich meine wer es nicht weiß ihr wisst das sicherlich alle die kostet wo ist sie dann eigentlich gehen wo bist du ach da ist sie kostet 40.000 und ist dann aber sofort verfügbar also sie ist sofort da hat keine bauzeit ihr seht ja hier links und rechts links das ist ja auch bauzeiten gibt für neue gebäude die man als rathaus 9 an dazu bekommt und deswegen brauchen wir natürlich das dunkle das ding hier läuft sieben tage ein bisschen brauchen aber noch rein also farmt euch die lager voll vielleicht ist es auch sinnvoll noch eine ich will mal sagen hier vielleicht noch eine noch eine pulle zu nehmen dass die minu und sammler auch richtig voll sind zum start aber ich denke mal wir suchen erstmal gegner und dann machen wir natürlich hier das hexen event und der eine oder andere wird sich sicherlich fragen warum nicht der toto denn jetzt eigentlich so viel schweinereiter mit und den golem die kosten ja dunkles ja ab jetzt spare ich aber das dunkle die armee war halt noch in der pipe und deswegen war sie fertig sonst hätte ich die oder würde ich die jetzt nicht nehmen also diese bis nehmen wir mit 1432 das ist für mich absolut in ordnung denn so ein paar tage laufzeit hat ja auch so ein rathaus wir gucken mal gegen wen wir jetzt eigentlich laufen ich laufe immer gerne gegen den king damit wir den mit den magiern und mit unserem king vor allen dingen auch schaffen einmal hier außen noch ein magier gesetzt für ok da brauchen wir jetzt ein wenig mehr magier glaube ich aber wir nehmen jetzt unsere hexen mit rein und ziehen glaube ich hier unsere mauerbrecher wir gucken mal ja das ist das ist in ordnung wir sind jetzt zwar nicht doch die sind doch die sind relativ weit gekommen und mal sehen mein golem ist jetzt natürlich essig ist klar die loons haben jetzt einmal fallen lassen hier und ich zünde jetzt mal mein mein king hier und dann geht das hier so ein bisschen mit den hawks rein also machen wir noch mal einmal hier so ein hawk rider angriff denn die werde ich jetzt demnächst etwas etwas weniger machen liegt einfach daran dass wir natürlich so ein bisschen wir müssen einfach ein bisschen bisschen sparen ressourcen sparen auch wenn es im auf hohem niveau oder im kleinen kreis ist so will ich mal sagen aber da waren ja ja die habe ich ja ausnahmsweise mal ganz ganz gut getroppt die heilzauber jetzt kann ich mich aber nicht mehr um diese armee kümmern hier alle zauber sind gesetzt ja vielleicht sollte ich euch ich weiß nicht ihr schreibt mir das gerne mal in die kommentare ob die so ein bisschen mehr von mir farm mäßig sehen wollt in den verschiedenen rathaus stufen dann mache ich das auch sehr sehr gerne ich nehme aber auch echt gerne klankriegs angriffe auf und deswegen kommt oftmals kommen solche folgen hier wie heute oftmals ein bisschen zu kurz bei mir auf dem kanal weil ich auch nie weiß mag der zuschauer dass ich meine jetzt guckt mich hier ein rathaus zwölfer an der sieht jetzt hier ein rathaus achter farm und naja dann macht er halt aus also das will ich ja auch nicht aber ich hoffe ich kann dann natürlich begeistern die hier mit ihren achtern unterwegs sind und sehen was wie macht der tut das eigentlich wie macht er das eigentlich ich gucke auch bei anderen wie machen die das eigentlich und nehmen wir die dann zur brust und gucke mal wie farben eigentlich so ein xy oder wie schlägt er sich hier im klankrieg hat eine neue idee was man machen kann und so weiter und deswegen hoffe ich dass jeder so ein bisschen was mitnehmen kann also zumindest bleibe ich bleibe ich meinem kanal ja treu let's play clash of clans und auch wenn ihr manchmal eine folge rollstars ertragen müsst ist das glaube ich nicht ganz so schlimm ob leider ist ja unser neuer gegner ja die suche hat bis die suche dauert manchmal ein bisschen aber so ab 2000 dunkles denke ich mal eben war es ein bisschen weniger nehmen wir die mit hier und ich werde auch immer wieder in den folgen oder in den streams gefragt der toto womit kann man fahren das kommt halt ganz oft an was ihr benötigt ich weiß ich habe jetzt auch wieder dunkles auszugeben aber für diesen einen golem lohnt es sich sicherlich denn den bekomme ich hier ganz ganz sicher wieder raus wir gucken mal wieder ob wir den king ja wir können auf jeden fall dem king hier wieder entgegen kommen obwohl er mich jetzt nicht wirklich stört aber ist egal wir nehmen den wir nehmen den golem hier rein und ich habe jetzt gleich ein pecker raus in der one hittet hier jetzt hoffentlich den gegnerischen king und ich jetzt gucke ich mal ja da kann ich schon mal mein king setzen das ist ja auch mal nach wie vor so ein bisschen das geklickt an der maus drei mauerbrecher gehen dadurch der rest kann jetzt auch hier rein unsere pack ist hinterher und mal sehen wie wir die wie wir die loons ja eigentlich einsetzen können das müssen wir auch mal schauen ich nehme immer ganz ganz ich nehme ganz gerne ein paar mit ihr seht das hier vor allen dingen außen ein bisschen für diese kanönchen die hier außen jetzt reinballern in die mitte haue ich jetzt sehen den gift schon mal den den gift den heil schon mal rein und wir gehen habe ich mein kind gar nicht gezündet doch ich habe glaube ich gezündet ich habe ihn glaube gezündet wir gehen noch von außen auch mit den mit den loons hier rein und jetzt müssen natürlich meine peckers hier das wäre ganz schön wenn die das machen die sind noch kurz mal in wut gewesen ich weiß ich habe jetzt die luft die luft ballons natürlich voll auf die auf die luft ab werden geschickt aber die nehmen dann die ein oder andere verteidigung einfach so mit und das ist so ein bisschen ein bisschen mein hintergedanke aber sehen wie sich die drei pecker damen hier jetzt noch 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 durchschlagen ich habe jetzt keine luftruppe mehr hier hinten sind hinten ist noch eine hex aktiv also hexe passt so die nette dame hier und ich glaube den bekommen wir die müssen da noch durch die mauern durch ich meine hier oben gold und erichs das interessiert mich nicht das dunkle haben wir jetzt eh schon drin also cooles ding ich zeige euch aber auch gleich noch eine armee mit der das auch noch geht also wir machen jetzt nicht nur go vibe und go hock oder was auch immer sondern wir hauen es auch mal ganz ganz billig raus also auch das geht das ist natürlich auch immer ein bisschen liga abhängig hier haben wir jetzt nicht nicht ganz alle sterne bekommen und im 58 sekunden dem wird jetzt nichts mehr passieren der kleinen bogenschützen hier die lasse ich jetzt auch mal eben für euch auslaufen und dann baue ich mal noch ein bisschen billig mal nach ja manchmal müssen die kleinen dinge reichen oder auch die großen dinge reichen der hier ist schon mal ziemlich groß würde ich sagen da haben wir ja schade die mauerbrecher laufen da gerade ein bisschen bisschen düsslich ist aber nicht so schlimm wir haben hier ja noch unsere pack ist mein king ist leider außenrum schade aber dass das den dicken potty in der mitte würde ich ja ganz gerne mitnehmen und da ist jetzt audi schaffen da keine luftabwehr das ist ein bisschen doof da muss ich jetzt doch mal einmal hier ja der ist schon ein bisschen enger der ist auch schon ein bisschen bisschen härter also er schon weit im rathaus 8 bereich hier gewesen bzw ist überhaupt weit im rathaus 8 bereich und deswegen nehmen wir aber ja bis auf 25 dunkles wo sind die eigentlich jetzt sind sie weg ok jetzt sind sie weg also auch diesen gegner kurz mal hingerafft aber ich habe ganz ganz vergessen zu anfang jetzt den aufnahme button zu drücken manchmal ist das halt so wir sind ja auch alles nur menschen und habe ich da noch einen kleinen golem kann ich habe ich habe gerade noch einen kleinen golem gesehen auch nicht schlecht aber ich glaube das dunkle wird nicht mehr anwachsen und ich würde sagen wir lassen dem einfach das gold und elex hier noch kommt ist egal wir haben 28 gemacht hier natürlich jetzt ohne bonus weil ich nicht so hoch in der liga bin aber ich wollte euch ja noch einen low angriff zeigen und ich wäre nicht tuto klatscht wenn ich nicht irgendwas vergessen würde ich weiß ich habe bei meinem anderen angriff eben einfach mal die klare vergessen kann man mal machen ist aber ist aber nicht so schlimm okay also hier mal so eine richtige das ist eine reine elex armee hier ich glaube damit kann man in diesen bereichen auch was reichen reißen entschuldigt ich muss immer so ein bisschen ich weiß 13 magier ist viel aber wenn hier irgendetwas aus der clan wo kommt was mich so ein bisschen überrascht muss ich sagen dann habe ich immer gerne so wenigstens so ein paar magier dabei meine mauerbrecher das war das war mal eine ganz enge kiste gerade okay das war gerade mal eine ganz enge kiste mal sehen dass uns der king hier nicht entweicht ich setze hier ein paar kobolde ich nehme ein paar kobolde mit und jetzt müssen allerdings hier meine truppen auch mal in die mitte gehen bzw das loch für die restlichen kobolde hier sich schnappen das machen sie jetzt auch ich gucke mal wo jetzt meine kobis hingehen okay die gehen hier in die richtung die gehen schon mal in richtung mitte und die fragen scheiße sind sind mir die jetzt wirklich alle in der riesenbombe da verrückt das ist nicht ganz da sind noch ein paar dabei aber ich meine magier jetzt nicht mehr so raus dass die in die mitte gehen mal sehen ob wir den dunklen pot auch doch es sind doch es sind doch ein paar kobolde da also auch mit so einer armee hier könnt ihr das super machen wenn ihr so ein bisschen fangelt die mitte hier entkernt bekommt und nur auf den dicken pot wollt auch den haben wir hier auf null gerafft ich meine im rathaus 8 bereich ist es auch manchmal ist es ein bisschen schleppend manchmal läuft es aber auch wie am schnürchen im moment so wie bei mir und auch hier 63 prozent ich habe hier echt viel gift mit ich muss noch ein gift loswerden ein gift ah ja das war auch ein bisschen doof da sind meine zauber jetzt nicht nachgekommen ist mir jetzt auch gerade aufgefallen dass ich nicht genügend dabei hatte manchmal weiß ich nicht warum der kampf hier jetzt nicht auf null läuft hier muss jetzt noch irgendwo ein skelett nabbern oder so an ist jetzt ist er vorbei okay also so können wir es machen auch mit dieser armee hier ich baue die auch gleich direkt mal nach und hoffe dass ich meine klanburg jetzt gleich wieder anfordern kann also wir sind hier in jedem fall gerüstet haben ein bisschen dunkles gemacht ja 32.000 und ihr seht das hier im shop habe ich ja auch ein paar marken das kommt noch dazu 212 marken mal sehen zum start von rathaus 8 werde ich die in jedem fall raus ballern denn dafür habe ich sie ja gemacht und ich möchte auch gleich wieder liga irgendwo spielen oder halt liga lichen das weiß ich noch nicht was ihr aber machen könnt ist erstmal eure klaren kameraden hier mit den netten geschenken mal wieder beschenken was sie sonst noch machen könnt das sage ich euch in kurzen knappen sätzen einmal den kanal ich zeige das immer verkehrt abonnieren ein like da lassen und wenn ihr denn nichts mehr von mir verpassen wollt auch einfach die glocke zu aktivieren und ich würde sagen wir sehen uns bei weiteren clash of clans farm folgen in dieser woche von verschiedenen rathausstufen das kann ich euch versprechen wir werden noch nicht so hart in die liga zum wochenbeginn einsteigen bis dahin euer tuto tschwescht